So, da sind wir wieder, Hotel Lancaster. Wir dürfen noch nicht auf das Zimmer, jetzt gehen wir erst mal zum Strand. Wir machen da weiter, wo wir das mal aufgehört haben. So, Latinosbar und nix los, morgens 9 Uhr. Doreno 1. So sieht's hier aus. Noch nichts los, morgens 9 Uhr. Immer noch die Promenade entlang. Gar nichts, und es ist schon warm. Puh, ist ja nix für mich. Ah, wer kommt da hinten? Danischer Daniel, der heute verschlafen hat, hätte ich ihn nicht angerufen, um 5 Uhr, dann wären wir jetzt nicht hier. Unglaublich. Und der Holger, jawoll. Trottel. Ja, so sieht's aus. Erster Tag. Erste Stunde. Toll, toll. Ohne 1,5 Uhr. Ja, da ist noch mehr drin. Genau, das machen wir. Ja, Schatz? Ja, das ist nicht. Ja, doch. Ich liebe dich. Danke, euch auch und grüß schön. Tschüss. 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 Schöne Grüße an euch. Zieh gleich hier ein, Werner. Ja. Na, dieses hier. Mal zur anderen Seite. Letztes Jahr hatten wir eine ganz andere Aussicht. Aber jetzt haben wir diese Aussicht. Ja. Da ist er. Guck mal, lass uns was. Du raufst ja. Nein! Nein! Oh laufer so gut. Unser Lied war das, Holger. Voll geil. Das ist das Ganze? Ja. 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 Weißt du? Ja. Ja. Da ist Holger. Wir allein vom Leben hier. Kommt hier hin, macht Dreck ohne Ende. Ich bin zu Hause. Wir stehen schön weg mit der Zunge. Ja. Was war das? Ich hab jetzt das ganze Jahr, also das halbe Jahr, jetzt ruhig gearbeitet. Kein Urlaub gemacht. Nicht einmal. Und jetzt hast du Urlaub. Ja. Ja. Und dann ist so ein Kussballon. Nein, cool auch schlecht. Ja, Daniel, kannst wieder nicht lassen. Der hat schon wieder einen fertig gemacht. Ja, ich hab auch Duell. Ich hab ihn ja schon so weit gemacht, dass das Sein auf die beiden aufgeteilt hat. Und da ist ja schon was drin. Und gleich haben wir wieder keinen Red Bull. Doch, hier sind doch drei Flaschen. Die Hälfte ist weg, ne? Ja, mein Gott ey. Ja, mein Gott ey. Der kanns wieder hin lassen. Der kanns wieder hin lassen. Der muss ja was drin haben. Der kanns wieder hin. Der kanns wieder hin. Ja, teil halt doch auf. Der bringt doch nichts. Dann willst du das verschalen lassen. Mein Gott. Boah. Weißt du, unser Lieblingsgetränk. Echt. Ja, aber noch jetzt noch nicht. Wir erleben... Ich dachte, du erzählst... Prost. 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 Mario, jetzt hör mal auf. Im Liegen immer nur zu saufen. Weißt du, das ist schlimm. Prost. Meine Bahn, danke. Meine Mama. Jawohl. Rockstar. Das mache ich auch nicht. Sehr gut. Das mache ich auch. Der hat sich ganz schlimm gemacht. Ganz voll. Das ist alles. Das ist das erste Mal. Es wird eine lösche Zeit, denn dort will ich es sein. Warum war ich? Warum war ich dich? Wenn man mir zwei Flaschen kaufen könnte. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich das gewusst, ne? Ich wusste hier vorher. Das war's für mich. Warum war ich dich? Ja. Wir feiern uns gelassen. Ich rauch und trinke. Der Hafen feiern auch, wenn sie traurig sind. Durch die Stadt weht ein Mauerfilm. Man trifft gute drüber Hunde, die sauer sind. Sie haben viel Zeit, die Knepperbuchen schreien. Ich seh nur, dass ich bei drei auf der Mauer bin. Tausend von Tausch. Soll da anders sein? Ja. Immer. 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 Das ist mal. Ich kann auf alle verzichten. Ich hab so viele Weiber, die geil aussah. Aber er ist der Biss nicht. Biss nicht. Biss nicht. So, und jetzt machen wir uns fertig. Ist er nicht scharf? Guck dir den Haarschnitt an, ey. Wo fängt dein Himmel an? Warum stehe ich auf deiner Seite? Immer! Ich hab's dir schon mal gesagt, du bist mein Volk! So redet nur ein schlechtes Gewissen an, du weißt aber auch ein schlechtes Gewissen hat? Warte mir, wenn ich voll bin und hier pennt, immer schön... Da ist wohl was dran! Wieso? Da hat er wohl was dran! Ist doch gut hier! Ja, sicher! Musik an so einem Computer sitzt? Ja, ja! Und dann kommt man so... Was ist denn? Acker! Acker! Wir müssen schon wieder Alkohol fahren! Wir wollen ja da! Eigentlich nicht! Aber das kann man dir ja tragen! Das ist so geil! 20er-7! Flasche ist schon fast leer! Ja! Und das Hauptfunk eigentlich total ist groß! Allerdings unter dem Namen... Oh! Oh! Und jetzt kommt man... Und jetzt kommt man... Der Baum wächst im rechten Winkel! Der so und so! Und dann hast du ein rechter Winkel! Das ist von der Nasur ausgegeben! Wenn er hat viel Zeit! Und dann hat er viel Zeit! Und was machen die Drogen, die euch gerade fliegen? Aber das ist ja der Glück! Hier! Das ist die Kamera! Wie immer ja immer! Wie immer! Wie immer! Aber hier... Hast du Knochen? Ne? Und hier? Hast du keine! Jawohl! Doch! Guck mal! Hier hat ja beide Karten! Aber wir auch! Und das ist Tag 2! Und wir haben noch... Dienstag? Mittwoch? Donnerstag? 2! Und Samstag war so schön ins Ankonstruktion! Hier fühlt mich!